Die grosse Überschwemmung ist 1965, also 1999 ist dann noch grösser gewesen, im 1987 hat es noch einige, aber das ist die von 1965. Und da ist der Einlauf, die Serie, Richtung Hermatinger weg und das sind die Schilfbestände zwischen Hermatingen und Tributingen. Das sind zwei Hermatinger, die den Wasservögel eingeschlossen sind, weil überall Eis ist, wie so ein paar Löcher, bringen sie das Futter. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020